Und mit dem Plasmaschneider so wie er jetzt eingestellt ist und dann stellen wir den ganzen Plasmaschneider ein bisschen höher und gucken, ob es dann ein bisschen besser geht. Also ob das Ganze auch was bringt oder ob es nur wirklich eine Anzeige ist und die Schnittleistung sich eigentlich nicht verbessert. Das ist ja natürlich die entscheidende Frage. So, heute habe ich mal richtig Lust ein kleines Video zu machen, darum machen wir was. Wir machen was Verrücktes, was Verrücktes, wo man eine Menge Hate für kriegt, wo alle sagen, oh bist du blöd und bist du bescheuert oder so. Aber wie gesagt, die Idee brennt mir schon lange irgendwo unter den oder juckt mir unter den Fingernägeln. Ich habe gerade Plasma geschnitten. Was mache ich hier? Ich habe immer, wenn ich Testgeräte habe, wenn ich Versuchsgeräte habe, dann schweiße ich mal eine Naht hier mit. Ich mache mir eine schöne Nahtvorbereitung, gucke, wie die Wurzel aussieht. Hier die Wurzel ist gut durch, aber nicht ganz perfekt geworden. Andere Sache, ich schneide mir die Naht einfach wieder raus, habe ich wieder zwei Bleche. Das sind 8 mm Bleche. Die habe ich mit Plasma getrennt, mit 40 Ampere und man merkt, der Plasmaschneider, der tut sich schon schwer. Das ist wirklich so, das geht schon an die Grenze. Ich habe hier noch ein U-Profil, das ist an den stärksten Stellen so etwas über 10 mm. Und das ist so die absolute Grenze. Das schafft er, das weiß ich aus Erfahrung. Ich habe das schon geschnitten, aber da kämpft er richtig und da muss man an manchen Stellen auch schon zweimal rübergehen. So, jetzt ist mal die Frage. Hat dieser kleine, schnucklige Parkside Plasmaschneider, und das Ganze lässt sich wirklich auch auf jeden handelsüblichen Plasmaschneider ummünzen, hat der wirklich 40 Ampere? Ja, das ist schon mal die Frage. Können wir das hier auch kontrollieren, genau wie bei einem Schweißgerät? Und wenn er die nicht hat, können wir die einstellen? Das ist die nächste Frage, die wir uns beantworten wollen. Und wenn wir das einstellen können, können wir das auch ein bisschen höher drehen? Ist das verrückt? Oder gibt es dazu irgendwelche Aussagen oder irgendwelche Erfahrungen? Ich habe ein paar Erfahrungsberichte bekommen, ich habe so ein paar Insider-Erfahrungen und ein paar Insider dazu bekommen. Ja, darum möchte ich das so ein bisschen kundgeben. Man muss natürlich immer sagen, wenn ihr in irgendeiner Form in dieses Gerät eingreift, egal ob es von Parkside ist, ob es von irgendwelchen anderen Firmen sind, das sieht kein Hersteller gerne. Ihr verliert immer eure Gewährleistung, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich mache das hier, da braucht auch keiner schreiben, bei mir klappt es nicht oder so. Ich zeige einfach, was ich irgendwo mache, ob das jemand nachmacht und ob das richtig ist oder so. Das will ich alles nicht bewerten. Ich zeige das hier mit gutem Wissen und Gewissen und bei mir funzt das, was ich hier mache. Und wenn es nicht funzt, dann sage ich das in dem Video. Das immer dazu, ja. Was habe ich noch vorbereitet? Eine Strommesszange. Und damit können wir erstmal feststellen, wie viel Ampere oder wie viel Leistung bringt denn eigentlich unser Plasmaschneider. Das machen wir gleich mal als erstes. Und dann geht es auch nochmal um das Thema Pilotlichtbogen. Ich habe hier nochmal ein schönes Schlauchpaket zum Thema Pilotlichtbogen. Und das hat einen schönen Stecker. Damit kann man das Ganze sehr einfach umrüsten. Und das Ganze hat auch eine gute Qualität, möchte ich ja auch nochmal vorstellen. Da habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich auf die Schnelle wirklich diesen Plasmaschneider, so einen Plasmaschneider mit Pilotlichtbogen mache. Ich habe noch zwei, drei andere Ideen, die werde ich nochmal in das Video mit einpflichten. Aber darum soll es heute gehen. Als erstes gucken wir, hat der wirklich 40 Ampere. So, ich habe jetzt die Strommesszange. Die kommt über die Masseleitung hier. Ich schalte das Gerät ein. Das Gerät ist auf 40 Ampere. Ich habe hier was zum Brennschneiden. Und ihr guckt einfach hier auf die Strommesszange. Ich mache das Ganze auch mal so, damit das auch wirklich authentisch ist. Und ihr seht dann von wegen, was diese Strommesszange anzeigt. Die Strommesszange, ich liebe dieses Teil. Ich hatte vorher eine, da hatte ich immer das Problem, die hat nicht selbstständig wieder abgeschaltet. Das heißt, wenn ich es nicht ausgeschaltet habe, war nächstes Mal die Batterie leer. Und ich bin so ein bisschen dann immer so fickerig. Darf man das sagen in so einem Video? Ja, ich bin so fickerig, dass ich dann mit allem beschäftigt bin, aber nicht mehr mit der Strommesszange. Ich schaffe es zum Glück, immer meine Gasflaschen zuzudrehen. Die sind mir heilig. Aber die Strommesszange habe ich immer angelassen. Dann war die beim nächsten Mal aus. Die schaltet sich ab. Ich habe die hier auf 400 Ampere eingeschaltet. Also der Messbereich ist 400 Ampere. Und jetzt werde ich einfach mal hier Plasma schneiden. Und ihr guckt euch an, was das gute Gerät hier anzeigt. Man hört, das finde ich auch immer richtig schön, wenn ich diesen kleinen Plasma schneide, anschalte, wie zuckerleise der ist. Das ist auch schon immer eine richtig coole Sache. Also das Gerät hat über 40 Ampere bei 40 Ampere Einstellungen, also leicht mehr. 2 Ampere mehr waren es, glaube ich, in der Spitze. Und da kann man schon sehen, das Gerät ist ganz gut kalibriert. Ich habe verschiedene Plasma Schneider, aber auch immer schon mit der Strommesszange ausprobiert. Und die meisten haben eigentlich sehr gut gestimmt. Ich habe das jetzt, ich mache dieses Video mit dem Gerät, aber wie gesagt, man kann das auch mit jedem anderen Plasma Schneider ausprobieren. Hier oben den Griff schraubt man ab, dann nimmt man die Seitenwände raus oder die Schrauben in den Seitenwänden raus und dann kann man das ganze Gehäuse nach oben abziehen. Das ist wirklich in zwei Minuten erledigt. Und dann können wir uns mal den Innenraum genauer angucken und zeige ich euch natürlich auch, wo man was einstellen kann. Da haben wir das Gerät ausgepackt. Und wenn man das sich so anguckt, sieht man, das ist ein wirklich schönes, aufgeräumtes Gerät. Und viele Plasma Schneider, sage ich mal, im günstigen Bereich, aber auch ein bisschen teureren Bereich, die sehen nicht deutlich anders aus. Man muss sich das einfach mal angucken oder so. Und was man bei den meisten Geräten findet, ist egal ob Plasma Schneider, WIG-Gerät, MAC-Gerät. Man hat hier vorne den Drehregler. Dann gehen hier diese Kabel ab zu diesem Stecker. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze einzustellen und zu kalibrieren. Das heißt, ich habe hier ein Schräubchen, ich habe da ein Schräubchen. Ich habe das Ganze ausprobiert. Das ist hier für die minimale Amperezahl. Das heißt, ich habe hier 15 Amperezahl minimal. Das kann ich da mit einstellen. Ich kann es einstellen, dass es genau 15 Amperezahl sind. Ich kann es aber auch einstellen, dass es bei 20 Amperezahl startet. Und ich kann hier die maximale Amperezahl einstellen. Das heißt, ob ich jetzt hier 38 oder 41 Amperezahl habe, das kann ich da an dem Schräubchen einstellen. Und dadurch kann ich das Ganze natürlich auch mal tendenziell ein bisschen höher einstellen. Das ist aber so eine Sache. Das muss natürlich wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich mache das einfach mal so just for fun, ob es dann ein bisschen besser schneidet. Ich habe da drüben ein U-Profil. Das ist eigentlich so das Maximum, was ich mit diesem Plasmaschneider schneiden konnte. Das ist hier ein bisschen über 10, ich glaube 11, 12 Millimeter. Das kann man damit schneiden. Das schneiden wir einfach mal damit und mit dem Plasmaschneider so, wie er jetzt eingestellt ist. Und dann stellen wir den ganzen Plasmaschneider ein bisschen höher und gucken, ob es dann ein bisschen besser geht. Also ob das Ganze auch was bringt oder ob es nur wirklich eine Anzeige ist und die Schnittleistung sich eigentlich nicht verbessert. Das ist ja natürlich die entscheidende Frage. Aber wichtig erstmal, wie gesagt, wenn man hier eine Strommesszange dran hält, der Plasmaschneider hat keine 40 Ampere, sondern nur 36 oder so, dann kann ich hier an diesem Schräubchen leicht verstellen, kann das Ganze wieder einschalten, kann wieder einen kleinen Schnittversuch machen, kann wieder gucken, was er anzeigt und kann mich so dann langsam dahin hangeln. Wirklich immer kleine Schritte. Bei den meisten Geräten, die ich kenne, die ich bisher in der Hand hatte, da war das immer so eine halbe Umdrehung, das ist wirklich gleich eine Weltreise. Hier muss man wirklich zwei, drei Umdrehungen machen, bis sich da was in so einem gewissen Rahmen verändert. Aber wie gesagt, die Möglichkeit ist ganz einfach. Und wie gesagt, hier ist fürs Maximum zuständig, hier ist fürs Minimum zuständig. Und das Gerät hat auch definitiv kleine Leistungsreserven, aber wer die natürlich angreift, so wie ich das jetzt gleich machen werde, der verliert natürlich jegliche Gewährleistung oder dergleichen. Man muss aber sagen, Insider haben mir gesagt, von wegen, es gibt viele Geräte, die wirklich deutlich mehr können, aber es ist natürlich auch eine Frage der Gewährleistung und so weiter, dass man so ein Gerät richtig ausreizt. Weil wenn man eine ganze Geräteserie vollkommen ausreizt, dann ist es wirklich so, dass ich dann da natürlich auch eine höhere Ausfallquote habe. Das möchte auch keiner. Aber wie gesagt, ich habe von Leuten Nachrichten, E-Mails, die sich ihre Geräte, die das Tollste mit den Geräten gemacht haben, die das wirklich auf längere Zeit machen, die das viel nutzen und die damit keinerlei Probleme haben. Und darum denke ich mal, hier so einen kleinen Versuch mal ausprobieren. Ist natürlich immer eine schöne Sache. Also schneidet er, wenn auch ein bisschen schwerfällig. Jetzt nehmen wir einfach mal 15 Millimeter und versuchen das mal zu schneiden. Das ist nochmal eine ganz andere Stufe. Da bin ich mir natürlich auch nicht sicher, wenn ich das Gerät hochdrehe, ob er das dann schafft. Willi bezeichnen? Gut, jetzt mehr Leute. Durch die Gerät hochdrehen. Und es ist auch nicht die Gerät hochdrehen. Ich habe mit, mit der Gerät hochdrehen. Der Klee hochdrehen. Hier ist die Gerät hochdrehen. Wir haben hier auch die Gerät hochdrehen. Lösen kann sie unterscheiden. Wie slippery schlägt die Gerät hochdrehen wollen. Und dann geht das Gerät hochdrehen. Also choses sie sich durch. Sollte die Wälder und die Wälder werden. Man hat hier schön gesehen, ich habe zwei Trennschnitte gebraucht. Das heißt, ich bin einmal, da bin ich nicht durchgekommen. Und dann habe ich nochmal einmal nachgebrannt in der gleichen Fuge und dann ist er durchgekommen. Also es ist mit diesem Gerät, mit der Grundeinstellung schon möglich, 15 Millimeter zu schneiden. Und das ist natürlich so ein alter Gassenhauer-Trick, von wegen man kommt nicht durch, dann schneidet man nochmal nach und dann sagt man hinterher, das Gerät hat das geschafft. Also in einer normalen Einstellung schafft das Gerät keine 15 Millimeter. Wenn ich aber nochmal wie eben nochmal hinterhergehe, dann schneide ich die Fuge nochmal wieder nach und ich könnte auch drei, viermal nachgehen, dann könnte ich irgendwann sagen, es schafft auch 20 Millimeter. Aber ich habe hier 15 Millimeter mitgeschnitten und der Trennschnitt sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also wie gesagt, bin ich schon mal sehr zufrieden. Den habe ich auch mit dem Gerät noch nie gemacht. Stärkste war bisher, wie gesagt, das hier. Da sich hier an den Ecken schon mal so ein bisschen schwer tut, habe ich das stärker eigentlich gar nicht mehr ausprobiert. Bin ich schon mal begeistert. So. Das ist jetzt eine Sache, da sollte man immer sehr vorsichtig umgehen. Wenn man das schon mal ein paar Mal an so einem Gerät gemacht hat, dann weiß man, wie das Gerät reagiert, ja. Hier muss man wirklich mehrere Drehungen machen, bevor sich was verändert. Es gibt aber auch viele Geräte, WIG-Geräte, die ich schon mal kalibriert habe. Halbe Umdrehung verändert alles, ja. Das heißt, immer mal eine halbe Umdrehung versuchen, dann das Gerät wieder ausprobieren und dann wieder weitermachen, ja. Also da gibt es wirklich die tollsten Dinge. Darum ganz, ganz vorsichtig, wenn man sowas macht. Aber ihr sollt ja sowas sowieso nicht machen. So, jetzt sind wir bei 50 Ampere. Wir müssen ein bisschen rumspielen, ein bisschen vordrehen, ein bisschen zurückdrehen. Dabei hat so ein bisschen meine Düse zerrissen. Da muss ich mir mal eine neue gönnen. Habe ich jetzt eine 1,1 Millimeter Porung genommen. Das funktioniert relativ gut. In meinem Verschleißteilset habe ich 0,8 Millimeter und 1,1 Millimeter. 1,1 wirklich für die dickeren Schnitte, 0,8 für die filigraneren Schnitte. Sollte man mal achten. Grundsätzlich kann man sagen, so ein Brenner ist eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr gut, weil man sagen muss, die Verschleißteile, die halten wirklich lange, ja. Und die sind relativ günstig, die halten lange. Das ist wirklich so der Vorteil. Wenn man auf Pilotlichtbogen umsteigt, was wir jetzt als nächstes gleich noch schnell machen, da muss man sagen, sind die Verschleißteile anfälliger, teurer und halten bei Weitem nicht so lange. Aber jetzt versuchen wir mal die 15 Millimeter hier zu schneiden. Wir könnten auch noch das schneiden, aber das hat die andere Einstellung vorhin auch schon gut geschafft. Jetzt ist wirklich mal die Frage, wenn ich hier die 15 Millimeter habe, kann ich das problemlos oder problemloser als eben jetzt durchschneiden? Also merke ich wirklich beim Schneiden auch, dass ich deutlich mehr Leistung habe oder ist das jetzt nur eine Anzeige auf unserer schönen kleinen Strommesszange? Also machen wir. Wir machen wir auch noch eine Anzeige auf der anderen Seite, die da sind hier auch nicht möglich, das sind hier oder nicht wirklich wichtig. Das ist das Steine. Ich hoffe, ich habe das schon zum Beispiel auch schon übersehen. Und dann wird die Construfe auf, ich habe das Zeitgewerbe aus parts, ich habe die Beidegewerbe aus, Jochen? Also machen wir das Sitzung. Wir machen wir das Sitzung in die Zukunft. Hier, wir können Sie ob因iglich machen, also machen wir das Sitzung. Und dann können wir überhaupt dann finden, Und ich werde das Sitzung. so der erste versuch hat nicht gut geklappt ja hier ein stück wo ich nicht durch bin machen wir einfach noch mal einen zweiten versuch ich sage mal so nicht jeder versuch im leben muss klappen und das hat hier definitiv nicht geklappt ich kann den plasma schneider auf 50 ampere hochstellen die schneid leistung verbessert sich dabei aber nicht ja ich habe es hier versucht von wegen ist nicht sind wie kann besser ich habe es gar nicht abgekriegt jetzt hier noch mal versucht bin hier auch auf keinen fall irgendwo durch also es hat sich nicht irgendwas dramatisch da verbessert oder so was ich verschlechtert hat das gerät hämmert mir jetzt die sicherung raus habe ich natürlich auch keine lust zu und dementsprechend ist das für mich ein kleiner versuch mal ausprobiert und ihr habt mal gesehen wie man so ein gerät ganz einfach kalibrieren kann dass das wirklich ein kinderspiel ist das ganze lässt sich auch wirklich auf wegschweißgeräte auf maxschweißgeräte übertragen von wegen das ist bei allen eigentlichen relativ ähnliches system auch wenn ich wirklich keinen hier aufrufen will dass an seinem gerät rum spielt so aber für mich hat es nicht funktioniert ich kalibriere mir den jetzt schnell zurück und dann schließen wir mal unser plasma schneid brenner an und da haben wir zwei einfache schöne möglichkeiten wie wir aus diesem kleinen gerät hier meinen pilot lichtbogen machen oder wie das gerät einen schönen pilot lichtbogen bekommt wo war das gerät gerade mal auf haben das ist auch ein schönes thema das hat nicht nur was mit dem plasma schneider zu tun sondern allgemein mit schweißgeräten ich habe hier ein lüfter der lüfter läuft dauerhaft so jetzt sagen viele ich möchte gerne ein temperaturgesteuerten lüfter das heißt wenn das gerät gar nicht irgendwo im einsatz ist ja dann muss es theoretisch auch gar nicht so viel lüften schön und gut dann gehen viele her holen sich so ein thermoschalter wird teilweise auch im internet propagiert thermoschalter 2 euro 50 zwei vago klemmen ich nehme hier das kabel schneide es ab ja setzte den dazwischen setzt den irgendwo schön rein da wo es warm wird und dann habe ich den effekt wenn das gerät bei 45 grad ist oder auch bei 30 grad je nachdem was ich für ein kumpel hier kaufe schaltet der und der lüfter geht an der lüfter geht so lange an bis es wieder abgekühlt ist ja bis ich wieder diese gradzahl unterschritten habe dann geht er wieder aus ist eine ganz einfache sache kann man machen funktioniert auch bei vielen aber ich muss dazu sagen der lüfter ist so leise warum den überhaupt temperatur regeln der stört gar nicht den mache ich einfach aus dann irgendwann wenn ich länger nicht gebrauche und das war's punkt 1 punkt 2 ist hat man je mit geräten gearbeitet den temperaturgesteuerten lüfter haben sowie das mew 212 zum beispiel ja dann weiß man das ist was ganz anderes ja oder auch ich habe auch ein plasma schneider der temperatur gesteuerten lüfter hat das heißt ich fange an zu schneiden in dem moment geht der lüfter auch gleich an der startet einen zyklus der zyklus auch wenn ich nur einen kleinen schnitt mache lüftet ein bisschen nach und geht dann wieder aus je nachdem ob der zyklus abgefahren ist oder ob die temperatur wieder erreicht ist also das ist wirklich eine komplexe steuerung und das ist was ganz ganz anderes als wenn ich hier einfach nur so ein thermoschalter zwischensätze wenn es so einfach wäre dann würde es jeder hersteller machen und wie gesagt ich würde es auf gar keinen fall schon gar nicht bei dem gerät machen ich würde es bei manchen einfachen markt geräten vielleicht mal ausprobieren mal machen aber schon gar nicht bei dem gerät gerade mit dem extrem leisen lüfter das muss ich auch noch mal zu dem thema tuning und plasma schneider loswerden weil dann schreiben mir viele ich kaufe mir so ein thermoschalter und dann habe ich ein temperaturgesteuerten lüfter ja habe ich im prinzip aber es ist nichts richtig fachgerechtes wo man sagen kann das kann man empfehlen ich hatte euch noch versprochen wir gucken uns eine ganz einfache möglichkeit an den plasma schneider auf pilot lichtbogen umzurüsten haben wir auch schon mal gemacht das ganze ich hatte ein schlauchpaket aus china genommen weil ich das damals so einfach und günstig und halbwegs bezahlbar sage ich mal hier in deutschland gar nicht gefunden hatte nachteil war dass die chinesen teilweise sechs acht wochen für die lieferung gebraucht haben solange will natürlich keiner warten ja und ich habe qualitativen ganz gutes erwischt wohl aber es hatten viele sich auch beschwert die qualität ist nicht gut und so weiter darum noch mal eine alternative mittlerweile wahrscheinlich weil der markt vorhanden ist haben verschiedene händler oder verschiedene hersteller auch dementsprechende schlauchpakete im angebot so weltinger hat ein plasma brenner ag 60 pilot vier meter mit vier millimeter pilot stecker das heißt das ist ein schlauchpaket das extra dafür gedacht ist das ganze so umzurüsten und das will ich euch mal auf die schnelle zeigen hat den vorteil dass es qualitativ besser ist als das was ich da aus china hatte muss man ganz klar sagen schönes flexibles leichte schlauchpaket vier meter länge wenn man den ihre hand hat oder so dann merkt man gleich von wegen das ist schon ein bisschen bessere qualität oder es ist eine bessere qualität vier meter lang flexibles kabel dann haben wir hier druckluft und halt stromkabel ja dann haben wir hier die zweipolige leitung und das ist das kabel was den pilot lichtbogen ausmacht so und jetzt hat man hier zwei schöne möglichkeiten die erste möglichkeit die mir so ein bisschen ja so ganz hundertprozentig gefällt sie mir nicht kann man auch ruhig sagen ist von wegen man hat hier diesen bananen stecker und man bohrt einfach ein vier millimeter loch in die masse rein und steckt den dann da rein kann man machen ich würde meine masse freiwillig nicht anbohren ja die zweite filigranere möglichkeit man muss ja sagen sonst hat so ein schlauchpaket immer hier so eine öse dran die man hinter an das gerät anschraubt die zweite möglichkeit ist man schraubt das hier einfach ab und steckt das ganz normal ins schlauchpaket in die masse leitung mit rein ja und schraubt das ganze mit fest das sind so die beiden möglichkeiten wie gesagt anbohren wer das ganze gerne möchte es gebohrt haben möchte wer es dann wirklich geschraubt haben möchte ich finde eine stromverbindung in irgendeiner form gehört eigentlich immer mehr geschraubt wer es geschraubt haben möchte der kann das so machen ich werde jetzt mal kurz das geschraubte machen und dann probieren wir den einfach mal schnell aus wie gesagt erste möglichkeit wäre ich nehme einfach meinen akkubohrer vier millimeter bohrer ich bohr hier einfach rein der kommt der stecker hier rein ja und ich hätte da den kontakt so man sieht aber das ganze hier drin ist schon relativ filigran muss man schon gucken wo man da auch hin bohrt dass man das auch vernünftig trifft nur durchs gummi oder so wäre jetzt auch nicht so unabhängig mein fall ist sicherlich eine möglichkeit die man machen kann aber ich muss ja auch nicht mal alles gut finden und in dem fall ich würde einfach sagen wir nehmen den schlauch oder das kabel führen das hier mit durch schrauben das hier leicht auf klemmen das hier mit unter und fertig ist der schuh dann können wir das ganze wieder ansetzen und das passt geht natürlich auch nicht bei jedem schlauch paket so in der möglichkeit bei manchen kriegst du die sehr schwer ab manchmal sind die auch in irgendeiner form verpresst aber standard sollte das ganze immer wirklich so aussehen nur halt ich sag mal so ein masse kabel ist sonst immer deutlich dicker das ist wirklich schon extrem dünn so das lässt sich auch wirklich in einer minute herstellen und wir haben eine schöne verbindung können das ganze wieder rüber schieben schön sauber schön ordentlich also wie gesagt brauchen wir nichts anderes machen so dann brauchen wir einfach nur die präparierte masse da reinstecken hier unseren zweipoligen anschluss dann haben wir hier den anschluss noch mal leicht 19 schlüssel nachziehen und das gerät hatten pilot lichtbogen wollen wir ausprobieren natürlich wollen wir das mal ausprobieren so dazu auch noch schnell 23 worte 23 wichtige infos die sache mit dem bananenstecker will ich echt nicht schlecht reden kann man machen wer da interesse dann hat einfach hier vierer bohrer rein bananenstecker geht sicherlich noch eine sekunde schneller aber ich finde das hier auch schon eine super variante wie gesagt bananenstecker abschrauben man hat nicht vorne diese öse dran sondern hat ein kabel kann man hier mit rein führen das geht so oder etwas anders eigentlich bei jedem masse ja oder bei jeder masse an jedem plasma schneider und schon hat man pilot lichtbogen wichtig hierbei das ist eine deutlich bessere qualität als der kollege aus china und ganz wichtig sind bei diesen plasma schneidern wirklich immer die verschleißteile hier sind das einsatz dabei ja und wenn die verschleißteile nicht für ag 60 für pilot lichtbogen vorgesehen sind dann funktioniert das ganze system nicht genauso wenn die druckluft zu feucht ist dann funktioniert das system nicht hat man mehr als vier bar deutlich mehr als vier bar funktioniert das ganze nicht also das ist so ein bisschen anfälliger ja obwohl pilot lichtbogen ist einfach eine geniale sache warum überhaupt nicht drüber reden und wenn man jetzt hier schneidet kontaktlos schneiden von wegen man versaut sich zum beispiel bei lackierten verzinken oder verdreckten blech irgendwo nicht die düse so schnell also das ist schon eine coole sache braucht man gar nicht drüber reden ja wenn man das für so einen kleinen preis ich glaube so ein kumpel hier kostet um die 60 euro den ich vorher rausgesucht hat aus china das war so 30 euro aber die qualität rechtfertigt natürlich auch den preis irgendwo wie gesagt düsen am besten mit bestellen ich habe einen ganzen schwung von düsen hier und ich habe eine ganze menge düsen die überhaupt nicht funktionieren weil die irgendwo dafür angeboten werden aber dafür nicht vorgesehen sind so ich hoffe das war interessant jetzt habe ich noch eine frage die mir immer wieder leute stellen die will ich noch schnell beantworten es taucht immer wieder die frage auf kann ich auch mit meiner druckluftflasche mit meiner gasflasche einfach plasma schneiden denn ich habe keinen kompressor oder mein kompressor ist alt und so weiter kann ich wirklich nicht empfehlen argon 4.6 würde den prozess viel zu stark abkühlen ich würde mit so einem plasma schneider wirklich nur noch sehr dünnes material schneiden können der schnitt würde dann wahrscheinlich aber dafür nicht verbrennen und würde gut aussehen aber wie gesagt von wegen man muss immer sagen auch wenn man eine druckluftflasche hat klar funktioniert das irgendwo wenn man den richtigen druckminderer hat der dann auch wirklich 100 liter die minute abgibt aber wir rechnen mal wir haben die zehn liter flasche also die kleinere hier die zehn liter flasche hat 200 bar also haben wir 2000 liter volumen was war da drin haben was ausströmen kann ungefähr roundabout und dann brauchen wir 100 liter die minute also kann ich 20 minuten ich habe hier immer dass die druckluft strömt ein bisschen nach strömt ein bisschen vor also im endeffekt werde ich nur wenige minuten damit schneiden können dann ist die flasche leer und ich brauche ein druckminderer der hier die abgabe von 100 liter die minute überhaupt erlaubt ja und das bei druckluft ich weiß nicht ob sowas gibt handelsüblich mein druckminderer hat hier 35 liter die minute zum beispiel also ich kann sowas auch nicht empfehlen wollte ich auf diese weise hier auch mal schnell beantworten was hat mich heute am meisten beeindruckt dass ich vorhin wirklich 15 mm mit dem plasma schneider schneiden konnte er hat zwar so einen zweiten schnitt aber es hat funktioniert und das ganze mit den normalen einstellungen wo ich es hochgeschraubt habe hätte ich mir eigentlich deutlich mehr von versprochen hat dann aber nicht so funktioniert ist ja auch gut es muss auch nicht immer alles funktionieren und man hat es mal ausprobiert und weiß von wegen das braucht man nicht ausprobieren natürlich ist das kein langzeittest das sind einfach mal so ein paar schnittteste und man versucht mal was geht was geht besser ja aber wie gesagt vorher 15 mm hat gut geklappt hinterher hat es nicht gut geklappt oder auf jeden fall nicht deutlich besser dass ich dazu wirklich sagen muss und es hat mir auch die sicherung rausgehauen nee ich lasse es lieber das sind so kleine spielereien ihr habt jetzt gesehen wenn ihr mal sowas kalibrieren wollt wo findet man das oder wo kann man das irgendwo so sich so angucken gesehen muss man einfach mal ausprobieren aber im grunde des herzens muss ich immer sagen jeder eingriff in so ein gerät ist natürlich immer eine sache mit der garantie und gibt auf jeden fall ärger wenn das ganze kaputt geht so was natürlich kein problem wäre wenn ich hier einfach so ein stecker reinsetze wenn ich jetzt das ganze wieder rückbauen will wollte ich hier nur aufschrauben ich kann den hier rausziehen von wegen und das ganze ist wieder wie eh und je und keiner kann mir irgendwas das ist auch so eine sache aber das habe ich natürlich nicht erzählt schlauchpaket gefällt mir sehr gut hat eine gute qualität schnell im umbau und eine schöne sache verlinke ich hier auf jeden fall unter könnt euch angucken ansonsten wünsche ich euch viel spaß beim schweißen und natürlich auch beim plasma schneiden das ist eins meiner absoluten lieblingsgeräte so klein so kompakt und macht auch so viel spaß